ARD Text im Auftrag von Funk Der einfach schneller ist als der Ranger Oh, leckt er nicht so Vector nicht Der Server, ich schwör Geht mal weg da Warte, ich will wohl nicht grad wegdrängen Philipp, dein Job Genau so Warte, kommen wir nochmal Elf Walker hat den Job ausgelegt Oho, Alter Er kommt Ich lass ihn mal fahren, ich lass Ich dachte, das war Arsch jetzt Das war die Rache Jetzt hab ich nen Krabz da natürlich Von Tag auch Bei 90% musst du repairen gehen Der war so Oh, hups Lol Also gut fahren, Nick Ja Ich muss mich mal healen Ja Ja Den Ranger hier Müsste man den Ballick einbauen Nein, das schaffe ich nicht mehr Komm, überhole ich ihn, überhole ich ihn, überhole ich ihn Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Frag jetzt wieder, ob er Ticket zahlen kann, wenn Mit Zollflucht Ah ne, ja, perfekt Wo seid ihr denn jetzt? Auf am Kreuz Was? Wo? Dann gerade runter Ach, guck mal, dass da eine U ist Jetzt hier in die Straßenverkehrsordnung Hm, wie süß Ah ne, ne, steht hier noch Jetzt hat er abgesetzt Ich würd lachen Damit klingelt das Telefon, hey, man Das passiert irgendwie immer, wenn wir aufnehmen Echt so Wir warten mal auf ihn Weil da hat er mit seinem Moonbeam Ich geh mal im NBS ein, ist was Guten Appetit Er fährt da Der Praktikant fährt auf falsche Seite Ach, komm, das gibt Punkte Er gibt doch unseren Praktikanten Punkte Ich will nur wissen, was er dazu sagt Er sagt gleich, ich hab keinen Bock, bei einer weite mich Hm Geht die mir auf den Sack Geht die mir auf den Sack Welchen Sack? Auf deine Mum Was ist denn hier los? Können wir weiter? Ja Also jetzt normale Kontrollen Voll 9 einmal schließen Am Getpoint Ich denke 13kk in der SH Na, wer fährt dann hier? Er fällt dann da über 80 Da gab ich 80 Siehst du, ich wurde gerade gebremst Ich fahr mal kurz weg, ne? Ich fahr zur Stadthalle Ich fahr zur Stadthalle Wenn ihr wirklich was noch schenkt, gib mir mal Hälfte ab Na der da Philipp Z Ich falle auch mal hin Mit Spaß Ne, warte Ich bin gerade in LV Ich bin gerade in LV Super Mitf variants Ich bin gerade in LV Ich bin gerade in LV Oh, Metz Der hat Metz Der fehlt Das ist aber kein Detail Das ist aber kein Detail Oder TM Ne Beworded so märz glaube ich schmerz was lech material wo ist er von da wo ist er auch nicht alter alter ja hab noch mehr time back mit dem scheiß bus alter meine fröße das flint dummesau er hat war gut gebremst wo ist john dark da oben stehen so alter was in der masse da oben steht junge ach du scheiße was hier los ist jungs erst mal screen machen jungen alter 1 8 fährt hier 1 3 fährt hier die cops da habe ich keine punkte geben 1 2 fährt nicht das jetzt mit geht drauf und preis fährt damit habe ich ihm jetzt welche gegeben vorhin ja irgendwie sieht man nie dass er geld vergibt wo ist der denn er steht im hinteren mit dem mund wo ist er in der stadthalle ja in der stadthalle weihnachten mit auf dem kopf ich will auf die masse springen ach lol alter mein philäckte so hart ne alter doch mal geld wo ist denn der alter ich bin unauffällig doch ich bin 227 schrägen nein john dark verlaßt alle so hier sind das war's wir können wieder gehen wir wollen schon nur gucken was du für eine masse ey ich werd gehauen hallo du hast meine midi gun weißt du komm her nicht weg ja ich komm nicht raus ich dachte wenn er kein ding gepusht wäre geh doch weg geh doch weg ach ich bin draußen ach ich auch ich bin schon wieder am besuttern waschkicks ich bin noch ein ranger kaputt wegen joss flint kann man in der g hier hinten stehen beim 24 7 kürz kürz Ja. Verfolgt er jemanden oder einfach nur so? Wir verfolgen immer. Ganz sicher? Ja. Der fällt dir nämlich gerade abseits. Äh, falsche Seite. Bist du das da, Anu? Wenn ich diesen Namen flinken in die Schande sehe, dann krieg ich das Kotzen. Ja. Benji. Was ist denn nochmal der Tybs? Wer flink gibi. Los, wer Banker? Du 찌握. Motoradoradorlar. Wieder mal. D substitué sorge. Wo seid ihr denn jetzt? Hallo Eins? Jupp Okay Na ja, Spare Ranger wiederum Oi 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 Die Kurve wollte ich nicht so nehmen, wie ich sie genommen habe Hey Philipp Ja Ich würd's interessieren, wo du eigentlich hin willst Du weißt schon, dass der Ranger da nicht parkt, ne? Oh, echt? Stimmt ja, den hab ich ja von PVT seinem Haus geholt Kurs vor der Farm, weißt du, echt? Oh ja, umgedreht Den hab ich ja von PVT seinem Haus geholt War das deine letzte Runde, Anubis, oder? Boah, letzte eine schaff ich noch Okay Hast du dann Linie 15, oder was? Ja Alles klar Guck schon mal, ob ich irgendwelche Dealer so kriegen kann mit meiner Energie Da kriegst du den Fini weg Warte, das wird dann eigentlich Felgen? Ja Cool Achso Guck mal, sonst hat ich in Prison Also ich seh hier gerade keinen Dann bist du blind Alter Sag mal, ich muss mal Penis Penis? Jupp Guck mal, ich muss mal SECOND SECOND SORIT Man ey, warum ist hier denn jetzt keiner mehr? Oder SECOND EIN OK 72 AC Echt? Central als gestern da waren welche ich frage ich glaube es sogar die gleichen von vorhin die abgehauen sind wo denn? SF Tunnel müssten die gefahren sein ja verlippelst du das sonst toll? ja ich verarsche nicht lippelst du denn? ja scheiß trip halt ne, da kann man ja nur 100 fahren mit dem Ranger also toll, hast du echt die ganze Zeit durchgefahren, ich war doch bei PNS naja du bist aber schön abseits gefahren ich gar nicht Lüge Beweise deine Aufnahme also nicht nicht wirklich, hallo ah, war da wo kam denn jetzt, ja Joki, kennst du ihn noch? nö was, wem, wem, wem 59 ledig und soll 9 mitte auf leck doch nach links, du scheißenergie leck doch nach links, du scheißenergie leck doch nach links, du scheißenergie oh man oh man was denn? nicht ah, da haben wir noch den hessen und mit vor das ist auch wenn Ich bin jetzt hier. Seid ihr? Airport. Bitch!